Musik So könnte ich mir das für immer vorstellen. Du bist jetzt eigentlich mit dir zusammen. Hey! Ich denke schon, ja. Na, Ruscha, hast du es wieder mal geschafft? Was sagst denn du dazu, Claudia? Dass er dich die ganze Zeit anklotzt? Ach, nicht so eine Geschichte draus. Halt dich von ihr fern! Ich hätte große Lust, immer als in die Fresse zu hauen. Wollt ihn anzuzeigen, noch besser. Bernhard, was willst du? Werd glücklich. Bernhard war nicht der Richtige für Sie. Er hat sich immer geschlagen. Immer? Kann ich reinkommen? Scheiße! Du hattest was mit Claudia? Jetzt bist du dran. Ich wollte immer schon mal wissen, was dieser Dreckskerl von mir denkt. Ich weiß nicht mehr, was Liebe ist. Aber du hast dich doch so entschieden. Warum liebst du sie eigentlich nicht? Jetzt denke ich, es ist besser, wenn ich sie ihm selber gebe. Doppel... Für dich! Doppel... ... WELCOME war'.